Es ist ja eigentlich ganz einfach. Bei einem Unfall und seinen Folgen zahlt die Unfallversicherung. Eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung springt ein, wenn man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Für den Pflegefall gibt es die Pflegeversicherung, die Krankenversicherung zahlt im Krankheitsfall. Und wenn man zum Beispiel schwer an Krebs erkrankt und kostspielige Therapien im Ausland in Anspruch nehmen möchte, dann zahlt Ihre Pflegeversicherung nichts. Die Krankenversicherung übernimmt bestenfalls einen Bruchteil. Krebs ist kein Unfall und die BU-Versicherung zahlt eine monatliche Rente, aber nur, wenn man auch berufsunfähig ist. Und wenn Sie nach einem Schlaganfall einen Umbau für barrierefreies Wohnen finanzieren müssen? Dann zahlt... auch keiner. Wenn Sie im Ernstfall eine größere Menge Geld brauchen, weil Therapien im Ausland notwendig werden, das Haus umgebaut und der Immobilienkredit weitergezahlt werden muss und eventuell auch noch die finanzielle Zukunft Ihrer Angehörigen abgesichert sein soll, dafür gibt es den Nürnberger Ernstfallschutz. Der zahlt bei 50 schweren Erkrankungen und zwar nicht monatlich, sondern alles auf einmal, unabhängig davon, ob Sie weiter arbeiten können oder schon in Rente sind oder nicht. Er hilft Ihnen, neuen Mut zu fassen und verschafft Ihnen die Freiräume, die Sie brauchen, denn Sie können das Geld verwenden, wie Sie wollen. Kinder bis 18 sind automatisch mitversichert und können mit einem der vielen Zusatzbausteine auch noch gegen acht spezielle Kinderkrankheiten abgesichert werden. Schutz und Sicherheit seit 1884. Nürnberger Versicherung.